Crypto Chris, Update und auch meine Meinung zur letzten Marktmanipulation. Danke für 5300 Follower, das waren 200 an einem Tag. Richtig nice, mein Portfolio ist leider nicht so nice, aber immerhin, ja, so ein Nullsummenspiel kann man sagen. Ist schon ziemlich spät, ich habe bis jetzt noch an meinem Bericht gearbeitet, weil der muss jetzt raus. Und hier, hiermit komme ich auch zu der Erklärung zu der Marktmanipulation. Also ja und nein, es war schon ein echtes Event. Wenn ihr den ganzen Bericht lesen wollt, Link ist natürlich in Bio, aber diese zwei Events, diese zwei Abstütze waren schon echte Events. Die wurden jedenfalls ausgelöst von der FED in den USA. Wenn ihr da mehr Details wissen wollt, checkt den Bericht ab. Aber so einen kranken Drop, das hat immer was mit Manipulation zu tun. Aber wer ist in Wirklichkeit schuld, natürlich neben dem Walder, dass er seine Bitcoins hier gedumpt hat. Ja, natürlich wie immer die dummen Trader, die alle in Long Trades waren und jetzt alle wrecked sind. Das waren die Liquidations vom September, die waren schon richtig massiv. Aber jetzt, also gestern, zwei Billionen liquidierte Trades. Und ja, ich bin mir natürlich bewusst, dass es diese Marktmanipulation immer wieder gibt. Eben diese massiven Drops, die sind mit Absicht herbeigeführt, damit die ganzen Trader wrecked gehen, liquidiert werden, alles verlieren. Aber in dem Prozess, also das ist eine Liquidierungskaskade. Und das ist so, als würden die automatisch dann ihre Bitcoins verkaufen. Und dann wird der Markt überschwemmt mit Bitcoins und der Preis wird dadurch noch fetter in die Tiefe gedrückt. Das heißt, nur ein Wal, wenn er seine Bitcoins droppen würde, dann würde ja gar nicht so viel passieren. Aber dadurch, dass es so viele dumme Trader gibt, wirklich, ich hasse diese ganzen Trader, dadurch entsteht dann so ein fetter Drop und jeder hat wieder Schiss. Wie ich schon im letzten Update gesagt habe, ich lasse mich dadurch zum Beispiel überhaupt nicht beirren. Es ist einfach ein Ding, das nach zwei Wochen hat das sowieso wieder jeder vergessen. Also einfach Augen zu und durch. Macht auf jeden Fall nicht den selben Fehler. Ich habe ihn zwar auch schon gemacht, tradet nicht und schon gar nicht mit Leverage. Kaufen und halten ist das Beste und wird es auch immer bleiben. Natürlich nur Financial Advice, aber ja. So schaut es auf jeden Fall aus. Morgen gibt es mehr Videos, mehr Updates und folgt auf jeden Fall für mehr.